Herzlich willkommen zur Silvester-Ausgabe von unserem wunderschönen Reisemagazin. Und erst mal das Wichtigste, vielen, vielen Dank fürs Gucken auch an euch Reisebüros da draußen. Ich weiß, ihr ruft mich ja zwischendurch an, dass ihr immer zuguckt und das freut uns ganz, ganz, ganz besonders. Und jetzt kommen wir zur Jahresend-Ausgabe. Wir haben natürlich wie jedes Jahr die besten Fehlleistungen von mir gesammelt. Wir haben die schönsten Bilder des Jahres und wir haben auch ein bisschen was von der Weltreise dabei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir sind die einzige Kreuzfahrtlinie der Welt. Ich glaube, der einzige Urlaubsveranstalter der Welt, der eine Primetime hat. Die Primetime ist sozusagen der rote Faden der Reise. Alles, was wichtig ist und alles, was unterhaltsam ist, findet genau da statt. Und das jeden Tag auf jedem Schiff. Und das Best-of der Primetimes des letzten Jahres. Das hier wie hier. Hannes, wo kommst du her? Aus dem Miniclub. Aus dem Miniclub? Bleibst du für immer da oder fährst du auch mal irgendwo nach Hause? Wir gehen auch nach Hause. Und wo ist zu Hause? In die Kabine. Ach so. Ja. Können wir gerne machen. Guck mal, ich mach euch die Bühne im Betrieb. Wow. Hat die Kamera das? Das ist nur die eine Ecke. Hast du an die eine Karte? Die Kartenecke ist in deinem BH. Ich guck mal, ob ich was finde. Okay. Also, ihr könnt mir glauben, so habe ich in 16 Jahren auch noch nie. Jetzt. Guck mal. Ist das? Nein? Nein. Dann muss ich mich wohl vertan haben. Klar ist es scharf. Ich bin ja auch drauf. Bordkarte. Zack. Klopapier. Wo rennen die denn hin? Die rennen beide auf Kabine. Ich fass es nicht. Wo sind die hin? Einer hat die Toilette gefunden. Oh. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Sie war aber schneller. Wo waren sie? Elfter. Warum? War noch nie auf der Neun. Weißt du, wie deine Eltern heißen? Papa und Mama. Ah, das wollte ich hören. Man muss auch schnell sein, sonst wird es zu schnell fest. Es ist in meiner Nase. Jetzt nicht mehr. Wer fährt eigentlich das Schiff, wenn Sie jetzt bei mir sitzen? Nautische Offiziere mit einem Kapitänspatent. Als Wachleiter. Und dann ist noch ein Zweiter. Und dann haben wir noch zwei Mann Ausguck. Also sind genügend Leute oben. Ich würde nur stören. Mal verraten, also wir sind hier nur Männer an Bord. Also wir hätten es gerne anders. Aber grundsätzlich ist das hier das TV-Studio. Das TV-Studio, wo wir unter anderem für Sie den Film produzieren. Es hat sich ein bisschen angehört wie so ein Single-Aufruf. Wir sind hier nur Männer, wir hätten es gerne anders. Wenn du dabei sein möchtest. Das hört gleich auf. Es hört gleich auf zu Tropfen. War ich Unfall? Oder? Wer lacht denn da so fies? Nein, wer sind denn deine zwei Freunde auf der Brücke? Albine und Dodo. Ach so, ja. Das sind unsere Maskottchen. Und ja, die wohnen bei dir mit. Albine kocht immer. Die schlafen auch bei mir mit. Ach, die schlafen. Stimmt, die Kabinengröße gibt das ja auch her. Kennt ihr diese Flughafen-Ansagen? Ja. Die kein Schwein versteht. Und ich schaue mir jetzt mit dir oder mit euch zusammen, mit Ihnen allen zusammen, den Ausschnitt an, aus dem, oh jetzt kommen die Piraten schon. Ja, ich habe noch eine. Ich habe mir vorhin versprochen, dass du mir heute zwei Cocktail-Gutscheine gibst. Ne, ich habe keine mehr, Burkhard. Ich leih dir welche. Leihst du mir gerade welche? Kann ich auf Pump welche? Du hast recht, ich muss mein Wort halten, ja? Und das sind deine zwei Cocktail-Gutscheine. Bitte? Danke. Bitte. Ey, Helli, das ist ja blau. Das sehe ich da hinten an der Diva-Bar im Fernseher. Bin ich jetzt so schlumm? Wirklich großes Schiff, aber Sie haben auch ein eigenes, stimmt das? Also ich habe die Information bekommen, die Sea Cloud 3. Ja. Was ist das denn? Ja. Und da bin ich ein, wahrscheinlich in so einem Kanal ein bisschen zu nah gekommen, sowas. Da hat er mich zugetextet, dass ich das erste Mal, ob ich das erste Mal in der Boot sitze. Ja. Ich weiß nicht, das bammelt hier so ein bisschen. Iiiiih! Das krabbelt an meiner Nase. Ne, das wird gleich fest, das hört auf. Ja? Ja. Dann bricht es. Dann ziehen wir es aus der Nase danach. Und jetzt, wie versprochen, Neues von der Weltreise und zwar Bilder vom anderen Ende der Welt. Einmal um die ganze Welt mit AIDA Aura. Was bei uns Weltreisenden in der letzten Zeit passiert ist, das zeigen wir euch jetzt. In San Antonio in Chile hat eine Seelöwengruppe eine Art Wellness-Treffen abgehalten. In San Antonio in Chile hat eine Art Wellness-Treffen abgehalten. In San Antonio in Chile hat eine Art Wellness-Treffen abgehalten. In San Antonio in Chile hat eine Seelöwengruppe eine Art Wellness-Treffen angeht. Nach vielen Tagen auf See haben wir uns einen Lebenstraum erfüllt. Die Osterinsel oder auch die Isla de Pascua hat uns mit ihren Moai-Staturen und ihrer Mystik so fasziniert, dass wir uns mehrmals zwicken mussten, dass wir wahrhaftig dort sind. Sie stehen überall auf der Insel, an den Küsten vereinzelt, in Gruppen, im Landesinnern, über Felder verteilt und alle blicken ins Landesinnere. Die größte Statue ist 20 Meter hoch. Wir sehen den einzigen Moai der Insel, der uns mit leuchtenden Augen anstarrt. 1974 wurden diese Augen mitsamt der ganzen Anlage wieder hergerichtet. Von Dr. William Mulloy, einem amerikanischen Archäologen, der unweit von hier begraben liegt. Richtig spannend und historisch wird es am nächsten Stopp. Rano Araraco. Dieser Ort war früher die Werkstätte für die berühmten Figuren. Hier wurden sie bestellt, hergestellt und zum Transport freigegeben. Nur hier gibt es den speziellen Vulkanstein, aus dem die Moai gefertigt wurden. Bezahlt wurde hier noch nicht mit Geld, sondern mit Nahrung. Das Südsee-Paradies Tahiti hat mit seinen Palmen, türkisblauem Wasser und Wasserfällen mächtig Eindruck hinterlassen. Auf die kleine Schwesterinsel Morea sind wir mit unserem Lektor gefahren. Hinter uns sieht man jetzt das, was Morea ausmacht. Solche Hotelressorts wie dieses hier. Wunderbar schön, das hellblaue Wasser. Das ist natürlich wirklich ein Ort, wo man sich wunderbar erholen kann. Ja, wir sind jetzt hier in der Kuckbucht. Die heißt so, weil man angenommen hat, dass Kuck hier gelandet ist. Ist aber gar nicht in der nächsten Bucht. Obonobucht ist hier gelandet. Aber wunderschön hier. Und das gilt als das meist fotografierte Bild der Südsee. Und wir sind hier. Je t'aime Bora Bora. Ein beliebtes Highlight ist diese Südseeinsel in Französisch-Polynesien. Wir haben festgestellt, unter der Wasseroberfläche ist es genauso bunt wie darüber. Ich geh einfach nur los, irgendwo hin, auf jedem Weg. Klein oder groß, wartet ein Sinn. Und wir haben's erlebt. Nein, ich hab noch nicht genug. Wart mal wieder auf die Blut. Schwimm oder spät, Leben ist Leben. Leben ist Leben. Solang sich alles bewegt und unter mir, da hör ich die Sirenen singen. Und dann einfach nur los, irgendwo hin, auf jedem Weg. Klein oder groß, wartet ein Sinn. Und wir haben's erlebt. Nein, ich hab noch nicht genug. Wart mal wieder auf die Blut. Schwimm oder spät, Leben ist Leben. Au revoir, wir grüßen herzlich aus der Südsee und damit gebe ich wieder zurück zu dir, Boris. Und wie ihr alle wisst, das Primtermagazin und die Produktion des Primtermagazins ist eine hochseriöse Geschichte. Und sicher, ab und zu, also ganz selten, gehen Kleinigkeiten mal nicht ganz so, wie sie hätten sein sollen. Und das wollen wir auch eigentlich am liebsten nicht zeigen, aber zum Jahresende, bitteschön. Damit die Zuschauer auch mal sehen, was wir alles tun, vor dem Drehen. Jedes Mal kriege ich hier ein Coaching vorher, dann wird die Frisur richtig gemacht, mit Massage und allem, was dazugehört. Das ist wirklich ein Mörderservice. Das ist der Kollege, der Robbie Williams Frisur gemacht hat, der Black Eyed Peas, alles. Also alles, was es gibt, hat der schon frisiert und eben mich auch. Ist so. Ich glaube, dass eines Tages die Digitalisierung der... Ja, bitte kurz. Ist nicht so einfach. Ich habe schreckliche... Hallo! Zu mir ist überhaupt keine Konzentration. Und wäre in Wien Handbewegungsschule. Beim Auslaufen aus Bilbao wurde... Beim Auslaufen aus Bilbao wurde AIDA Aura nicht nur von... Beim Auslaufen aus... AIDA Nova. Nochmal. Ja, ich habe es... Beim Auslaufen aus Bilbao wurde das... Nein. AIDA Aura wurde beim... Fast immer ausgesucht von Darko, der hinter der Kamera... Er schüttelt schon wieder mit dem Kopf. Aber das ist doch... Das ist doch schön. Ich möchte nicht erwähnt werden. Okay, dann möchtest du... Der Darko möchte nicht erwähnt... Entschuldigung, der Darko möchte... Nein, wir müssen auch sagen. Der Darko möchte nicht erwähnt werden. Sollte der Falten um? Hör doch mal auf, du sollst nicht. Ich habe gesagt, das wird nicht mehr in meiner Gegend über Falten geredet. Und wie versprochen, hier kommt er, der nächste Kapitän aus der Reihe, unsere Kapitäne. Der Darko muss so lachen, dass die Kamera wackelt, weißt du? Das ist so, wie wenn so ein alter, dicker Mann lacht, bis der Bauch wackelt. Da hinten wird gekuschelt und gemacht und getan. Kamera läuft. Ich sag's doch einfach mal. Ton läuft. Achtung auf, was ist denn da los? Kannst du das mal filmen? Was passiert da? Was ist denn das? Schwangerschaftstest. Das ist wie dieser Proben-Test. Da merkt man, dass du noch nie was damit zu tun hattest, weil so ein großer Schwangerschaftstest... Was habe ich heute für euch? Erstens, einen wunderbaren, emotionalen Besuch an Bord. Du... Ich halte zu reden. Nein, 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 nein. Erstens, emotionaler Besuch auf Aida Vita, wunderschöne Bilder und richtig tiefe Gefühle. Danach, Sonnen von den Bahamas. Nein, das ist krass. Ich hab für euch tiefe Gefühle. Das ist ein Zettel, Papier, das ist oldschool und da ist draufgedruckt, auch oldschool, sind Buchstaben in verschiedenen Reihenfolgen aufgedruckt und wenn man das hintereinander die Buchstaben liest, dann sind das Texte. Das sind Texte. Das ist wie Internet, nur klasse. Ja, es ist viel krasser als Internet-Klickern. Es ist in echt einfach auf Papier. Das ist auch... Kennst du, guck mal. So, ich bedanke mich schon... Lass mich konzentrieren. Viele von euch fragen sich ja... Nein. Viele von euch fragen uns immer, wie du das... Viele euch... Viele von euch fragen wieder immer, wo kommst du gewesen, Kamerad? Viel Spaß. Bitteschön. Guck mal. Bitteschön. Viel Spaß. Guck mal. Oh. Finde ich großartig. Und wenn ihr mehr wissen wollt über wunderschöne Reisen, über großartige Events auf dem Schiff und über alles das, was Spaß macht und glücklich macht, dann geht ins Reisenbüro oder zu www.aida.de. Und jetzt kommt sie, ihr habt drauf gewartet, auch in der letzten Ausgabe des Jahres, die Verlockung der Woche. Heute hier hinter silbernen Locken. Viel Spaß. Wir starten unsere Reise in der Lagunenstadt Venedig und fahren als erstes nach Bari. Danach bringt uns die Route nach Corfu. Weiter geht es nach Kroatien. Wir machen Halt in Dubrovnik und Zadar und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Venedig. Und zum Schluss, wie immer, die schönsten Bilder von Bord unserer Schiffe. Diesmal des ganzen Jahres mit der schönsten Welt aller tollsten Musik. Und zum Ende natürlich das Wichtigste. Ich wünsche euch allen ein großartiges neues Jahr. Verreist ordentlich mit uns und habt viel Spaß. Und jetzt die Frage, wir haben bald Silvester. Gibt es auch Konfetti eigentlich? Danke. Gibt es auch hier. Wir haben bald Silvester. Gibt es auch hier. If I could find a way I'd take back the words that hurt you You'd say If I could reach the stars I'd give them all to you And you'd love, love me Like you used to do If I could turn back time If I could turn back time If I could turn back time Oh, baby I didn't really need to love you I didn't want to see you go I know I made you cry Oh, if I could turn back time If I could turn back time If I could find a way I'd take back the words that hurt you If I could reach the stars If I could reach the stars If I could reach the stars I'd give them all to you Baby I'm not going to stay I'm not going to stay